Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir Jump League auf dem letzten Drücker, weil ich würde gerne daily uploaden, deshalb haben wir ja nichts anderes hinbekommen. Wir haben versucht, eine No-Armorche an den Schoß zu lagen, aber es hat halt einfach gar nichts geklappt. Ich habe ein La... Er hat noch eine LP. Er hat sich mehr viermal in der... Deshalb spielen wir jetzt noch Jump League und lagen es dann noch rum. Hoffentlich kurz vor Null hoch. Ja. Dass es hoffentlich noch am 17. hochgeladen wird. Ja. Und da könnt ihr wenigstens morgen freuen, da kommt eine No-English-Word-Challenge online. Mit der Lieblings-Nazzo. Genau. Und wir sehen uns nach dem Intro mit in der Runde wieder. So, dann in der Runde, Trainer. Ihr müsst wissen, ich bin der beste Jump League-Spieler auf der Welt. Also, ich bin eigentlich im Ranking-Handler das Einzelne. Auf jeden Fall. Also, ich kann gar nicht besiegt werden in diesem Game. Ich bin der beste Jump League-Spieler, also. Da bin ich schon mal im Vorhinein klar, damit Yann dann nicht rumheulen. Ja, genau, genau. Ich habe das gesehen, dass du runtergefallen bist. Ich bin nicht runtergefallen, ich komme wieder drauf, das war ein anderer. Oh, stimmt. Oh, da, da ist dein Energet. Der Cut ist real. Hä, hast du dir den Energet mitgenommen? Ja, klar. Weißt du, wie gut ich bin. Oh, bestes Jump League-Spieler. Wie kommst du jetzt auf Sky-Wars? Keine Ahnung, wir haben gerade eben nur zwei Runden. Ach, wir haben ja nur zwei Stunden Sky-Wars aufgenommen. Und nicht zehn rumgekommen. Weißt du, wer weiter ist das du? Nein, weiß ich eigentlich nicht. Ich. Oh, Gangster. Schon mal das zweite Energet, aber ich habe immer noch nur. Ich habe drei Gold. Ah, ne, dritte. Und bei der zweiten Herst? Ich auch. Ja, ich auch. Ich auch. Und jetzt? Oh, 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 oh. Vierte Modul, vierte Modul. Bei den Törtchen. Ich, ich, ich bin der beste Sky-Wars-Spieler. Kappa. Oh, yes. Na, ist mein dritter Goldhelm. Na, ist das fünfteste Modul. Fünftes? Fünftes. Ah, ne. Und so. Ein Seitenleiter, den hab ich sofort verkackt. Oh, den kann ich auch nicht leiden. Den hab ich wieder verkackt. Wie geil. Du kannst da oben drauf springen. Du kannst da oben drauf springen. Hey, do way. Auf den Fall. Also auf diese Leiter, auf die Leiter kannst du drauf springen. Bro. Hey, ich bin soweit gekommen und jetzt und jetzt. Soweit so clean. So was? Soweit so clean. Soweit so clean. So clean. Nee, komm. Ich hab jetzt diesen Set. клanisch-Mышicia. Ein wunderschwammer. Vadermas zum Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020